Ich habe Formel 1 oder was wir hier verteidigen müssen? Ey, dein Hohes, ey! 4 4 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 6 7 Fehler, Flanke, Alter. Ey, ich hab Ulf. Oh, ich bin fast tot. Ey, Zen, Zen. Kann nicht. Danke. Hat er ja Ulti oder so? Ach, egal. Oh, fuck doch, ich bin im Arsch, oder? Endlich eine echte Herausforderung. Jetzt BNP aktiviert. Oh, bitte. Schon wieder, what the fuck? Lebe immer noch. Die eine ist in Spawn. Du schießt da. Nein, ich schlafe. Zeit reinzugehen. Oh, wir werden sehr aktiv unterwegs. Oh, wir werden sehr aktiv unterwegs. Oh, nein. Jungs, die holt dich. Oh, nein. Jungs, die holt dich! Ey, was? Geht schon ab, Alter. Geht schon was. Ey, wann hast du Ulti, Jens? Äh, dauert noch. Ich bin bei 44. Ey, klar. Äh. Na, ist doch eine Scheiße. Das hier, der Seniater mit dem Halbion Damage. Komm, schießt. Oh, oh. Geht doch mal, was schickt keiner. Wir sind zu weit entfernt, dass ich Damage machen könnte. Ohάν. Oh, der Geht von mir. Ah, sch Die hat mich nicht. Kamu dir nicht zur Höhe aus? Na, wieGroup? Das istuma. N میchar. Alle Zübingen. Dann den Klimakers. Ich hab mehr Damage als Jens! Ja! Ich jetzt nicht mehr. Ich hab grad noch eine Fähigkeit. Ich bin noch nicht gestorben. Hey Zenzen. Ich bin gerade... Danke. Geh rein. Er ist einfach weggegangen davon. Kinder sind Fotos gen respeitiert. Ich bin noch nicht da...